Der Sonnenkopf gehört mit seinen zahlreichen Tiefschneehängen zu den schönsten Freeride-Gebieten Vorarlbergs. Wir haben wunderbare Hänge beim Freerider, die direkt vom Lift befahrbar sind, ohne Aufstieg, im Verhältnis zu anderen Gebieten relativ sicher und leicht erreichbar und gute Höhenmeter zu machen. Also es sind auch Hänge, wo man vom Lift aus Fahrer kann, wo man bis zu 1000 Höhenmeter macht. Das gibt es selten. Die Gewirkskette am Arlberg bildet eine Staulage und diese sorgt für ordentlich Schnee von oben. So ergibt sich ein Paradies für alle Freeride-Fans. Der Sonnenkopf, das Familienskigebiet am Arlberg.